Das Subsidiaritätsprinzip ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Grundgesetz. Das Wort klingt jetzt erst einmal kompliziert, das Prinzip ist aber eigentlich ganz einfach. Das Subsidiaritätsprinzip bedeutet, dass der Staat erst dann eingreifen soll, wenn es der einzelne Mensch oder eine kleine Gruppe nicht selbst schaffen, ein Problem zu lösen. Dies trifft vor allem auf den sozialen Bereich zu. Nehmen wir mal Herrn Werner. Herr Werner ist alleinerziehend und hat eine lernbehinderte Tochter, Lisa. Allerdings muss Herr Werner natürlich auch arbeiten und deshalb kann er sich leider nicht rund um die Uhr um Lisa kümmern. Nach dem Subsidiaritätsprinzip müsste sich jetzt zunächst seine Familie um seine Tochter kümmern. Herr Werner hat aber keine Verwandten, die ihm helfen könnten. Deshalb wendet er sich an den Staat. Der Staat aber hat selbst keine geeigneten Einrichtungen für Lisa. Deshalb übergibt der Staat diese Aufgabe gegen Bezahlung der freien Wohlfahrtspflege. Wie zum Beispiel der katholischen Jugendfürsorge KJF. Dank der Erfahrung und der persönlichen Betreuung weiß die KJF genau, was hilfebedürftige Menschen brauchen. Denn die KJF arbeitet genau da, wo sie gebraucht wird. Und so hat die KJF Einrichtungen für Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Behinderung oder für Arbeitssuchende oder auch für sozial schwache Familien. Die KJF prüft auch, welche Hilfe wo am meisten gebraucht wird. Und das sagt sie dann dem Staat. Das ist wichtig, denn nur so können die Politiker die richtigen Gesetze erlassen, um die Probleme der Menschen zu erleichtern oder zu lösen. Das ist wichtig, denn nur so können die Menschen zu erleichtern. Vielen Dank.